Ja, und herzlich willkommen zurück zu... Oh mein Gott, wir wissen gerade nicht, was wir eigentlich tun. Wir brauchen Raketenbauteile. Was ist da denn jetzt los? Raketenbauteile. Dafür brauchen wir Tempomodule und Prozessionen anhalten. Aber ich weiß nicht, wie viele... Sind das denn wirklich immer 10? Sind das wirklich nur 10 oder kommt da denn noch was hinten dran? Krätenfortschritt. Okay, wir probieren das einfach mal aus. Hier sind es schon mal 2. Davon können wir uns schon mal 100 rausziehen. Äh, wenn ich denn da hinkomme. So. So, und den... Gleichbauteile. Ah ja, aber das ist... Das wird, denke ich, schwierig, weil eigentlich... Oh, Dieter? Ja. Ben und Ed ist im Angebot. Bloodparty. Ich habe im Moment kein Geld. 5,99. Statt 15 Euro. Und dieses Kiwi, was du unbedingt mit mir spielen wolltest, ist auch 50% runter. Von 4... Also 25 Euro auf 13 Euro. Ich habe gar nicht, geht auch noch wieder mal. Ein tolles Angebot, üben wir mal. Davon brauchen wir Einheiten. Und Raketenbringstoff, okay. Dann müssen wir uns noch gucken. Das Nippon Marathon, was du auch spielen wolltest, ne? Äh, äh, ja. Statt 13 Euro, 2 Euro. Aber das haben wir uns doch schon gekauft, oder? Nein. So wissen wir ich nicht. Das war doch auch mit einem Angebot gewesen das letzte Mal, als wir eingekauft haben. Oder dieses Smooth Summer Games. Kostet auch nur 1,40. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt nachgucken. Aber ich bin mit mir nur voll, also wird das erstmal nix. So, dann wollen wir mal in kurz gucken, was... Ja, jetzt haben wir gerade von beiden nicht so viel hier. Brauchen wir dafür eigentlich Chemiefabrik? Dann könnten wir uns sagen, du pass auf. Hier. Du machst jetzt was anderes. Du machst jetzt das hier. Weil unten ist er sowieso voll. Unten ist er sowieso voll. Und dann können wir sagen, du pass auf. Hier. Du machst den erstmal voll. Das geht auch noch relativ flott. Okay. Und dann müssen wir gucken, wo... Okay, ganz normale Montageeinheit, aber mit Leichtöl. Leichtöl und Festbrennstoff. Okay, aber hier müssen wir... Die können wir eigentlich wegbauen. Und dann können wir... Nein, nein, nein. Ihr hört damit auf mit dem Scheiß. So. Nein! So, leicht. Dann können wir den hier, glaube ich, drehen. So. Und hier den Brennstoff rein. Ach nee, warte. Das ist ja der Falsche. Äh... Warte. Warte. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Warte mal, was ist, wenn wir den hier ein bisschen weiter rüberschieben? Und sagen, du, pass auf, wir haben hier noch... Zack und zack. Das war ja der Falsche. Den da zur Seite. Und da noch ein kleines Röhrchen dran. So. Und dann gehe ich immer rein. Und dann müssen wir einfach nur zusehen, dass wir das da rauskriegen. Weil das so schön ist. Und hier rein. So. Dann gucken wir einmal hier 27 Stück. Können wir schon mal reinschmeißen. Können wir schon mal ein bisschen was herstellen. Bin ich ja gespannt, wie viele Einheiten wir davon brauchen. Wahrscheinlich mehr, oder? Raketenbauteil. Schön, dass wir auch davon so viele haben. Sechs Stück. Dann holen wir es mal raus. Dann packen wir die hier nochmal mit rein. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen hin und her. Rennerei. Und das könnten wir natürlich auch alles automatisieren. Was aber Quatsch ist, weil das wird die letzte Rakete sein. Dann sind wir durch. Oh wow, ein Teil. Das dauert echt. Echter. Was für Wochenende? Für zehn. Okay. Okay, okay, okay. Also von jedem zehn Stück. Und dann... Und dann... Sechs davon sind schon mal fertig. Dann gucken wir gleich mal. Oh, nein. Supi. Türen zu. So, die Inszenen haben wir schon mal fertig. Guck mal, ich hab noch einen Auge. Oh, ja, aber... Gehst du doch mit deinem Fahrrad über den Kopf? Ne, war das nicht. Was war das denn? Ich hab mir den Stück einmal so rübergefasst, dann ist das passiert. Mit dem Stift? Mit dem Stock. Mit dem Stock. Mit dem Stock? Was für den Stock? Wie zum Stock? Wie zum Stock? Hör auf so rumzuschreien. Woher soll ich das denn wissen, bitte? Wie zum Stock verstanden? Hör jetzt auf damit. Hör du auf. Ne, du hörst jetzt mal auf. Es reicht. Hör du doch auf. Hör. 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 Hä? Ja, wir müssen ja sowieso... Ich weiß gar nicht, warum würde Papa denn grillen? Wenn Sie schön Leylajan Bass? Ja, ich auch nicht. Das musst du Papa nachher mal fragen, warum wir denn grillen. Ob wir heute Abend oder heute Nachtmettag? Ich würde heute Nachtmettag sagen. Ja, du sagst heute Nachtmettag. Sehr problematisch. Deln Knitro свидet mets. danke okay hier finden noch vier stück davon das gar keine auswirkung davon ja darauf warten wir jetzt noch ich weiß nicht ich glaube nicht dass das alles gewesen ist was die rakete braucht irgendwie ich glaube wir brauchen davon fünf sechs stück da haben wir schon mal drei ich bin gespannt weil du kannst dann möchte ich auch mehr reinpacken ja supi Tür zu! Tür zu! Irgendwann muss ich hier abschießen, damit sie hier gar nicht mehr reinkommen kann. Oh, das war knapp! Ja, ich leck mich doch am Arsch! Entschuldigung. Okay, das geht relativ flott. Oh, 1%! Super doper! Also, das heißt, warte mal, wir müssen hier... Den hier brauchen wir. Oh, wir brauchen noch mehr. Dann brauchen wir aber Kunststoff dafür, warte mal, Kunststoff. Dann brauchen wir ganz so ganz nach unten latschen. Nein! So, 2 brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen das doch automatisieren, weil das dauert. Ewigkeiten! Ewigkeiten! Den packen wir jetzt mal nach oben. Dann machen wir uns hier eine Kiste. Dann machen wir das so und so. Hier noch einmal Strom ran. Den einmal nach oben. So. Dann stellt der mich automatisch her. Dann können wir hier aktive Anbieterkiste machen. So. Nicht los ran. Nicht los ran. Danke. Dann machen wir hier eine Anforderungskiste hin. Wenn ich nicht im Weg stehen würde. So. So. Dann machen wir hier einen ran. Dann können wir hier sagen, du pass auf. Wir wollen... Das hier wollen wir haben. Auf jeden Fall immer 10 Stück. Dann machen wir hier noch eine Anforderungskiste. So. Davon von den Leichtmetall-Bauteilen wollen wir ganz gerne. Wo sind's denn? Da. 20 Stück davon haben. So. Dann müssen wir hier einmal gucken. Der hier braucht immer Ersatzbauteile davon. Aktive Anbieterkiste. Und hier eine Anforderungskiste. Wir brauchen da auch noch Strom ran. Super. Dann können wir hier sagen, du wir brauchen hier... Wo sind's denn? 50 Stück. Und... Von den blauen... Wo sind die blauen? 100 Stück. So. Dann werden die nämlich schon mal hergestellt. 1%. Das heißt, wir müssen das 100 mal durchlaufen lassen. Ach ja. Das wird schön. Und das wird ein ganzes Ende dauern, bis wir damit sind. Da muss auch alles noch hergestellt werden. Das darf man da ja auch nicht übersehen. So. Boop. Okay, davon brauchen wir aber nur einen. Wir haben im Moment gar keinen Rot mehr. Das wird, denke ich, schwierig. Ah, da sind zwar 26 Stück drin, aber... Das dauert alles seine Zeit. Wir können hier auch mal... Das erstmal so lassen. Ich mein, der steht ja auch schon relativ schnell her, aber... Trotzdem. Sie kennen uns. Das ist nicht. Ich muss... Auf... Da sind alle Zwei drüber, okay. Ah, den hab ich schon auf Maximum. natürlich auch noch ein anschließend aber okay aber der musik produzieren ja den kommen wir mal kurz auf pause machen dann haben wir damit auch ein preis mehr da geht es mich auch noch ein bisschen schneller da oben so in meinem angeblich kann man doch das noch ein mehr von jedem zähler bisher sind das die leichtbeurteile die um schnellste anstatt produziert werden ich glaube das ist sogar langsamer aber ich glaube die kommen jetzt auch relativ schnell hinterher bei der ich mich jetzt auch ein bisschen schalten macht sechs minuten dürfen wir zugucken wie die rakete sich langsam sich entwickelt richtig wundervoll und hier haben wir auch noch genug das ist auch noch alles mehr als so voll ja ich muss auch gar nichts machen coole verflüssigung ok haben wir noch ein bisschen schwer über braucht oder wieso 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 wiesoem wieso 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 1 kind schon wieder 100 stück machen Das hat aber perfekt gereicht. Ich glaube, da ist eher das Problem, dass wir da noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Da verschwinden alle da rein, aber wir brauchen doch noch... Toll. Kann ich schon mal den nächsten 26 machen. Und ich habe da jetzt strömt die alle aus und sagen, jajajaj, Schweinebacke. Oh, Grün ist voll. Jibbe. Das ist roh, kann wieder ohne Probleme erzeugt werden. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen was zu verbreitern. Und nochmal sieben. Dann verschwinden die alle. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt hilfreich, wenn wir die jetzt da reinmachen. Aber nein. Natürlich nicht. Ah, das sind schon... Hoha. Das ist aber nicht wirklich... Ah, ist doch ein Unterschied zu sehen. Ich möchte gar nicht wissen, was der jetzt für den Strom verbrucht hat. 1,16 Millionen. Oh, Backe. Plus 12,5 kW. Und der hat 388 kW. Alter Schwede. Kein Wunder, dass das Ding so hochgegangen ist. Ja, toll. Musik. Richtig schön laut. Doll. Reden, reden, reden. Also reden. Ja, toll. 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 Richtig toll. Warte. Warte. So, ab jetzt. Ja, gehe gleich zu Hause, dann auch nicht. Mama. Ja, Gott sei Dank. Aber ich kriege hier nämlich schon eine Krise mit Heulsuse und Sympathieheulerin. Mama. Geht schon wieder? Ja, schön, dass es jetzt wieder geht. 34. Wenn du keine Schwester machst, kannst du es ablehnen. Ja, schön. Das freut mich. Ich glaube, es gibt's noch ein paar Sachen. Ich kriege das. Ich kriege das. Ja. Warte, woher noch ein paar? Ach. Ich mache das. Ich mache das. Eh. Was ist das? Tja. Ich habe das. Oh. Ich mache das. Ich nehme gerade meinen Tabletten-Cocktail. Du musstest mich ja unbedingt knutschen. Da waren sie aber flink. Da waren sie aber flink. Da waren sie aber flink. Ah klar. Bis gleich. Tschüssi. 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 Na wir haben wir schon 3% fertig. Wir haben ja nur 3 Millionen Jahre. Bis wir damit durch sind. Ich habe keine mehr. Ich nehme ab heute und Eisentabletten. Jippie. Das ist ein Jippie. Hast du den Eisenmangel festgestellt? Nein, das nicht. Aber ich denke mal, dass man in Müdigkeit so vom Eisenmangel kommt. So viel Salat kann ich gar nicht essen. Nein. So hin. Denn bis in der nächsten Folge, wenn es dann heißt, wir warten darauf, dass das hier fertig wird. Bei 80 nehme ich euch dann vielleicht wieder rein. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken wie es denn wird. Ja. dann schauen wir mal weiter. Bis dahin sage ich tschüss und tschau tschau. Vielen Dank.